Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchela und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Privatvorrat und für dieses Achievement müsst ihr Konstrukteurin Ximox im Schloss Nasria auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem ihr freie Anima aus Madraxos, aus dem Adenwald und aus dem Schlund in ihre Retrine zurückgebracht habt. Was müssen wir da machen? Als allererstes brauchen wir drei Items, die wir vor dem Bosskampf anklicken müssen und dafür gehen wir in den Vorraum. Und da seht ihr, haben wir hier schon zwei Urnen rechts und links, die müssen wir einmal anklicken und dann hinten, wo wir den Totenkopf gestellt haben, gibt es noch ein drittes Teil, das wir anklicken müssen. Das machen drei verschiedene Spieler. Dann haben die drei verschiedenen Spieler einmal den Buff von Maldraxos, von Adenwald und vom Schlund und wir haben alle drei Animas einmal eingetütet. Solltet ihr das getan haben, geht ihr dann wieder in den Bossraum und könnt dann den Boss pullen und ihn normal runterspielen, bis auf eine Kleinigkeit, die sich ändert. Und zwar, sobald ihr den Kampf startet, habt ihr so 10 bis 14 Sekunden, dann spawnt in der ersten Phase das Anima von Maldraxos in der Mitte. Der Spieler kriegt den Debuff removed, also der ist dann weg. Und neben dieser Waffe, die dann in der Mitte spawnt, ist so eine kleine Bodenfläche. Ihr seht, hier haben wir jetzt die Waffe und dann haben wir so einen kleinen grünen Punkt da. Da muss sich ein Spieler hinstellen, das anklicken, der wird gestunt, das ist egal, welcher Spieler das macht. Und jetzt ist es so, dass wir den zu dem grünen Kreis bringen müssen. Wie machen wir das? Wir haben diese lustigen Portale. Habt ihr schon gesehen, da wurde einer noch rangegrippt, dass er den auch ranportet. Und dann portet ihr quasi mit dem Portal den einen Spieler von der Mitte in dieses kleine grüne Portal. Und sobald das funktioniert hat, ist der Debuff runter und ihr habt die erste Voraussetzung erfüllt. Also habt ihr Anima, also Maldraxos Anima zurückgebracht in die Ventrine. Und das kommt jetzt dreimal. Ihr seht, jetzt haben wir hier schon die zweite Phase mit der zweiten Waffe. Das ist aus dem Ardenwald die Waffe. Die zweite Phase beginnt ab 70% und 10-15 Sekunden nach dem Phasenstart kommt quasi das nächste. Und ihr seht, wir können hier auch ein bisschen warten, bis wir es holen. Dann hat sich wieder ein Spieler dementsprechend das Teil angeklickt. Wir stellen die Portale wieder so hin, dass er rübergeportet wird und wir haben das zweite erfüllt. Die ersten beiden sind nicht sonderlich schwierig. Ihr müsst halt beachten, ihr braucht dann die Portale, zumindest manche für die Mechanik und könnt die nicht mehr für die anderen Sachen benutzen. Also wenn ihr die Samen zum Beispiel wegbringen wollt, habt ihr vielleicht dann keine Portale mehr. Ihr habt für die Geschichte, dass der Tank sein Zeug rausbringen muss oder die Explosionen, wenn ihr die rausbringen wollt. Das sind lauter so Sachen, die ihr halt dann nicht mehr habt, wo ihr das Portal da nicht benutzen könnt. Also das müsst ihr ein bisschen kompensieren. Ist aber nicht der Stress. Wirklich schwierig wird es dann tatsächlich erst in der letzten Phase. Und zwar die beginnt ab 40%. Und da ist es dann auch wieder so 10-15 Sekunden, nachdem die Phase beginnt, kommt dann in der Mitte die letzte Waffe. Und das ist die Waffe vom Schlund. Und hier ist halt das Problem, dass ihr normalerweise das Portal ja benutzt. Ihr seht, hier haben wir auch wieder den kleinen Punkt. Der Spieler ist schon gestunt. Und wir benutzt ja normalerweise das Portal, um damit dann nach draußen zu kommen. Hier hinten seht ihr übrigens den kleinen Punkt. Da haben wir jetzt auch den Schlundtypen schon reingebracht. Und ihr habt dann halt einmal kein Portal, um rauszulaufen. Sondern ihr müsst dann halt mit irgendwelchen anderen Fähigkeiten, zum Beispiel im Raw vom Druid, gegenlaufen. Das ist so das Einzige, was ein bisschen schwieriger ist. Also ihr seht, mit dem Raw können wir hier easy gegenlaufen. Im Normal klappt das ohne Probleme. Im HC oder Mythic wird das schon wesentlich schwieriger und wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Da muss man wahrscheinlich dann trotzdem das Portal nehmen. Wenn man da das Achievement machen will, kann ich euch aber nicht anraten. Im Normal ist es relativ leicht. Man muss sich mit der Gruppe ein bisschen absprechen. Und vor allem auch mit den Samen ist es halt schwierig, weil man die Portale dann anderweitig benutzen muss. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv werdet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.